Welche Funktionen hat mein neuer Drucker? Das war eine eurer Fragen und ich glaube, ich kann da nicht so viel zeigen, aber let's go! So sieht das Ding aus. Hier unten kommt das Papier rein, hier kommt das fertig gedruckte Zeug raus. Farblaser ist ganz praktisch, aber die coolste Funktion ist eigentlich hier oben und das ist der automatische Vorlageneinzug. Der scannt nämlich sowohl die Vorder- als auch die Rückseite gleichzeitig und das ist schon eine große Zeitersparnis.